Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Spielvorstellung hier in unserer Classic-Reihe. Heute gibt es die zweite Erweiterung zu Carcassonne, Händler und Baumeister heißt sie. Ist immer noch ein Spiel für zwei bis sechs Spieler, seit der ersten Erweiterung ja zu sechs spielbar. Ab sieben Jahren wird es empfohlen und 40 Minuten dauert es ungefähr. Das Ganze ist erschienen beim Hans im Glück Verlag und immer noch ein Spiel von Klaus-Jürgen-Frede. Ja und für alle die es nicht kennen, werde ich jetzt kurz vorstellen, was mit dieser Erweiterung Neues in der Carcassonne-Welt hinzukommt. Auch hier kurz die Vorbemerkung am Material, am Inhalt hat sich auch hier mit Ausnahme der geupdaten Grafik gegenüber der alten Version nichts geändert. Was ist jetzt alles neu mit Händler und Baumeister? Erstmal wichtig ist der titelgebende Baumeister, ein neuer Miepel, den jeder Spieler bekommt und den man tatsächlich auf eine ganz interessante Art und Weise einsetzen kann. Wenn man jetzt angefangen hat, eine Straße oder eine Stadt zu bauen und die auch schon mit einem Miepel in seiner Farbe in Besitz genommen hat, dann kann man, wenn man im nächsten Zug oder irgendwann später daran weiter baut, diesen Baumeister mit hinzusetzen. Also für den gilt nicht die Regel, dass man sich einfach auch nicht selbst in sein eigenes Gebiet mit hinzusetzen darf. Im Gegenteil, den Baumeister darf man nur in ein Gebiet setzen, in dem man schon mindestens einen Miepel in der eigenen Farbe hat. Und dann passiert folgendes, wenn ich dann wiederum in einem weiteren Zug wieder an diesem Gebiet, an dieser Stadt oder dieser Straße oder sowas weiter baue, dann bekomme ich sozusagen einen Doppelzug. Dann darf ich gleich nochmal ein Blättchen ziehen. Der Baumeister sorgt eben dafür, dass es mit den Bauprojekten schneller vorangeht. Und ja, diese Doppelzüge können natürlich wirklich das Zünglein an der Waage sein, wenn man da schnell vorankommt. Und den Baumeister bekommt man dann natürlich auch nach einem gewerteten Gebiet mit den anderen Miepeln ganz normal wieder zurück und kann den dann natürlich in irgendeinem anderen Gebiet schnellstmöglich wieder platzieren, um dann da auch möglichst viele Doppelzüge machen zu können. Der zweite Teil aus dem Titel steht noch aus. Über die Baumeister haben wir schon gesprochen, aber was sind denn jetzt die Händler? Dazu gibt es hier jede Menge neuer Plättchen, Stadtplättchen, auf denen alle in irgendeiner Art und Weise ein neuer Stadtteil drauf ist und ein Warensymbol. Also es gibt Plättchen mit Fässern, mit Wein, es gibt Stadtplättchen mit Tuchsymbolen, Seide oder sowas und dann gibt es noch Stadtplättchen mit Getreidesymbolen, mit Korn. Das Ganze läuft dann folgendermaßen ab. Diese Stadtplättchen werden natürlich ganz normal verbaut, wie andere Plättchen auch. Aber sobald dann eine Stadt mit solchen Symbolen drin abgeschlossen wird, erhält der Spieler, der die Stadt abschließt, eben für jedes Symbol, das sich darin befindet, das entsprechende Plättchen. Und das kann tatsächlich auch ein Spieler sein, der in dieser Stadt selbst überhaupt keine Miepel stehen hat. Also wer auch immer ein Gebiet zumacht, eine Stadt zumacht, in der sich solche Warensymbole befinden, der bekommt dann diese Symbole auch. Mit diesen Warenblättchen ist es dann so, dass bei Spielende einfach geschaut wird, welcher Spieler hat in welcher Ware die Mehrheit und der bekommt dann für diese Mehrheit an Waren 10 Siegpunkte extra. Also wer hat die meisten Fässer gesammelt, bekommt 10 Siegpunkte. Wer hat das meiste Tuch gesammelt, bekommt 10 Siegpunkte. Und wer hat das meiste Getreide gesammelt, der bekommt auch 10 Siegpunkte. Zu beachten ist noch, dass es deutlich mehr Wein gibt als Getreide und Tücher. Also da kann man vielleicht beim Bauen und Zusammensetzen der Städte ein kleines Augenmerk draufwerfen. An Wein ist ein bisschen leichter ranzukommen als an die beiden anderen Waren. Dann ist noch neu, dass jeder Spieler hier so ein Schwein bekommt und ein Schwein der unterstützenden Bauern. Also wenn man jetzt schon eine Wiese hat, auf der ein Bauer liegt, dann kann ich in einem weiteren Zug das Schwein, wenn ich wieder an diese Wiese anbaue, kann ich dieses Schwein auf die Wiese legen, auf der schon ein Bauer in meiner Farbe liegt. Also ähnlich wie bei den Baumeistern, den ich so im Gebiet hinzustelle, wo schon ein Miepel in meiner Farbe steht, muss ich auch das Schwein auf eine Wiese hinzustellen, in der schon ein Bauer in meiner Farbe liegt. Und dann passiert folgendes, dann bekomme ich bei Spielende für jede fertige Stadt, die an diese Wiese angrenzt, nicht nur 3 Siegpunkte, wie im Grundspiel, sondern ab jetzt, dank Schwein, ganze 4 Siegpunkte. Abgerundet wird die ganze Erweiterung dann noch hier durch so einen praktischen Stoffbeutel. Da kann man einfach alle Blättchen reinwerfen, durchmischen und dann eben immer blind, wenn man dran ist, die Blättchen draus ziehen. Finde ich eine praktische Angelegenheit. Muss man nicht mehr diese Stapel machen, die neben Spielplan liegen. Ja, das gehört halt auch noch mit zu dieser kleinen Erweiterung. Händler und Baumeister mit dazu. Als Fazit gibt es dazu zu sagen, dass tatsächlich Händler und Baumeister die zweite Erweiterung war, die bei uns auch im Prinzip standardmäßig zum Grundspiel dann irgendwann mit dazugehört hat. Also wir haben dann immer Carcassonne mit der ersten Erweiterung und Carcassonne mit der zweiten Erweiterung zusammengespielt und haben das dann später auch noch um weitere Erweiterungen ergänzt. Wir haben auch eine Weile, so viel vorneweg, dann tatsächlich immer versucht, mit allem, was da neu dazukam, einfach mit hinzuzunehmen und es immer größer werden zu lassen und mit einem immer größeren Carcassonne zu spielen. Aber das letztlich kann ich gar nicht so empfehlen. Das hat uns in unserer Runde Carcassonne dann tatsächlich irgendwann verdorben. Es war dann einfach zu viel und manche Erweiterungen haben uns eigentlich gar nicht so gut gefallen. Oder der eine mochte diese Erweiterung nicht und der andere mochte dann diese nicht. Und wir haben trotzdem immer mit allem zusammengespielt, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, das ist gar nicht das Richtige, sondern man sollte tatsächlich einfach immer das Grundspiel nehmen und ein paar Module mit hinzupacken und da auch mal immer wieder variieren. Zum Glück sind ja alle Plättchen der Erweiterung gekennzeichnet, also mit einem kleinen bisschen Fleißarbeit kann man die dann auch problemlos wieder auseinandersortieren und dann eben andere Erweiterungen mit hinzunehmen. So eine Konstellation mal ausprobieren und so eine Konstellation. Ja, das ist das, was ich jetzt eher machen würde. Ich würde nicht mehr alles in einen Topf werfen und immer mehr und immer größer und noch mehr, weil wie gesagt, in unserer Runde hatten wir dann tatsächlich dadurch irgendwann die Schnauze voll von Carcassonne. Dann stand das Ganze so ein Jahr lang im Schrank und wir mussten es dann erst wieder, den Spaß daran erst wieder neu entdecken. Inzwischen haben die meisten von uns wieder totalen Spaß an Carcassonne, aber wie gesagt, wir machen auch nicht mehr diese Mammut-Sessions, wo dann eine Partie vier Stunden geht und man ständig wieder überlegen muss, wie war das jetzt in der Erweiterung, was war das jetzt hier nochmal für ein Plättchen. Ja, aber nochmal kurz zusammengefasst, Händler und Baumeister, diese zweite Erweiterung, hat für uns trotzdem irgendwann fast ja wie zum Grundspiel mit hinzugehört. Also dieses Dreierpaket, das war bei uns, glaube ich, die meistgespielteste Konstellation. Grundspiel plus erste Erweiterung plus zweite Erweiterung. Vielen Dank, dass ihr auch hier wieder zugeschaut habt bei der Classic-Vorstellung von der Händler- und Baumeister-Erweiterung für Carcassonne. Ich freue mich auch hier wieder über Kommentare, was für Erfahrungen habt ihr mit Carcassonne gemacht, was sind eure Lieblingserweiterungen, welche Erweiterungen mögt ihr gar nicht oder wie handhabt ihr das in eurer Spielegruppe? Spielt ihr überhaupt gerne Carcassonne und wenn ja, spielt ihr gern die epische Carcassonne-Runde auf dem irgendwie 10x10-Meter-Tisch oder pickt ihr euch auch lieber einzelne Module raus oder spielt ihr vielleicht überhaupt nicht mit Erweiterungen, sondern tatsächlich immer nur ganz puristisch mit dem Grundspiel. Ich würde sagen, dann sehen wir uns spätestens bei der nächsten Review. Bis dahin, macht's gut, tschüss!